Volksmusik-Star Heino trauert um seine geliebte Hannelore, die plötzlich verstorben ist. Wie wird er mit dem Verlust umgehen? Heino. Er trauert um seine geliebte Hannelore. Nur ein Anruf. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war. Volksmusik-Star Heino, 84, trauert um die Liebe seines Lebens. Seine Hannelore ist mit 82 Jahren an Herzstillstand gestorben. Es tut so weh. Das Schlimmste. Der Sänger konnte nicht einmal bei ihr sein. Wie soll er darüber nur je hinwegkommen? Wie soll er daran nicht zerbrechen? Heino. Er erfuhr es bei Dreharbeiten. Es ging einfach alles viel zu schnell. Für eine TV-Aufzeichnung war der Schlager-Star nach Berlin gereist. Als sich der Gesundheitszustand seiner Frau unerwartet verschlechterte. Beim Dreh erreichte ihn die niederschmetternde Nachricht. Er ließ alles stehen und liegen, eilte nach Hause, nach Kitzbühel. Eine Woche hielt er den Tod seiner Frau geheim, wollte ganz für sich Abschied nehmen. Auch ihre Beerdigung fand in aller Heimlichkeit statt. Nur wenige enge Freunde, sowie Sohn Uwe, 63, waren dabei. Der schwarze Sarg war mit 44 roten Rosen bedeckt. Eine für jedes Jahr der glücklichen Ehe. Der Niedersachse ist am Boden zerstört. Er wollte bis zum Schluss für seine geliebte Prinzessin da sein. Wollte, dass Hannelore in seinen Armen sterben kann. Warum hat er sie ausgerechnet in ihren schwersten Stunden allein gelassen? Heino. Ein Leben ohne Hannelore. Natürlich ließ er sie nie ganz allein. Erst vor kurzem erklärte der Musiker, dass er die frühere Schlagersängerin pflege, weil sie kaum noch laufen könne. Spätfolgen eines Autounfalls in den 1970ern mit zahlreichen Knochenbrüchen. Zudem hatte die Österreicherin Herzprobleme. Bekam nach einem Herzinfarkt 2004 drei Bypässe gelegt. Wenn er auf Reisen war, kümmerten sich Angestellte. Zudem telefonierte das Paar mehrmals am Tag. Hannelore ist morgens mein erster Anruf und abends mein letzter. So Heino in Bild. Denn auch nach 46 gemeinsamen Jahren waren sie immer noch ein Herz und eine Seele. 1972 hatten sie sich beim Dreh des Films Blau blüht der Enzian kennengelernt. 1979 heirateten sie. Es war ihr zweite und seine dritte Ehe. Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen. Sagte die Schlagerlegende immer. Nun ist das Unvorstellbare eingetreten.